Kranzberg, auch Kranzberg, ist der wichtigste Trennungsbahnhof des Schienennetzes in Namibia. Hier treffen die Bahnstrecken Kranzberg-Walvis-B, Kranzberg-Hotawi und Windhoek-Kranzberg zusammen. Kranzberg liegt zwischen den Städten Üsakos, 12 Kilometer, und Karibib, 20 Kilometer, in der Region Irongo. 1902 wurde Kranzberg an die von der deutschen Schutztruppe errichtete Bahnlinie von Swakopmund ins Inland angeschlossen.